Mein Name ist Hendrik Möller und ich habe meine Bachelorarbeit an der Fakultät für Sportwissenschaft geschrieben, am Lehrstuhl für Sportmedizin und Sporternährung. Ich habe einen Basketballtreffer im Schulsport auf der Brille bzw. im Gesicht simuliert. Dazu hatte ich eine Apparatur, wo ich einen Basketball aus zwei Meter Höhe auf einen Dummy-Kopf fallen gelassen habe und vorab habe ich den Dummy-Kopf verschiedene Brillen aufgesetzt und diese dann anschließend bewertet. Am Lehrstuhl für Sportmedizin und Sporternährung unter Leitung von Herrn Jendrusch werden schon seit mehreren Jahren Schulsportbrillen getestet, hinsichtlich ihrer Schutzqualität kategorisiert. Mit meiner Bachelorarbeit sind wir einen Schritt hinsichtlich der DIN-Norm näher gekommen. Wichtig für einen DIN-Test ist, dass er ökonomisch und natürlich aussagekräftig ist und dass er überall durchgeführt werden kann, sowohl bei uns an der Fakultät als auch bei den Brillenherstellern, dass es zum gleichen Ergebnis kommt und das habe ich in meiner Bachelorarbeit untersucht. Mit der Betreuung von Herrn Jendrusch war ich sehr zufrieden. Er hatte immer ein offenes Ohr und auch bei kleinen Fehlern oder wenn ich das ein oder andere Material mal kaputt gemacht habe, hat mich auch immer ermutigt und motiviert weiter auszuprobieren und das fand ich halt sehr gut.